Michael, Sie kommen schon heute. Michael, sei still und hört zu. Ihr alle müsst weg. Bring Polly und Ada zu Charlies Hof. Arthur weiß Bescheid, John noch nicht. Wenn die beiden da sind, fährst du zu John und sagst ihm Bescheid. Verstanden? Ist jetzt Weihnachten? Nicht ganz, dafür sollten gehen. Nimm Mami mit. Wetter! Scheiße! Hallo? Was willst du hier? Hast du Weihnachten nichts Besseres zu tun? Tommy will, dass wir alle zu Charlies Hof kommen, also los. Rein mit dir. Geh rein. Was soll denn passieren, verdammt? Es ist Weihnachten. Hör zu, John, wir haben keine Zeit dafür. Komm einfach zum Familientreffen. Jetzt komm rein und iss seinen Hap. Hey, was? Sag ihm, dass wir allein auf uns aufpassen können. Tommy sagt, dass sie schon heute angreifen. Tommy sagt, Tommy sagt. Bist du sein Papagei? Es ist die Mafia, weißt du, was das heißt? Es ist die New Yorker Mafia, über die wir hier reden. Wir sind die verdammten Picky Blinders. Nein, sind wir nicht, John. Wir sind niemand, solange wir nicht zusammen sind, verflucht. Zusammen hättet ihr fast gehangen. Nur einen Mann habe ich da nicht gesehen. John, komm zum Familientreffen. Denk an die Kinder. Komm da hin und wenn du wieder gehen willst, ist das in Ordnung. Nein, es ist Weihnachten. Wir sind jetzt die Familie und wir werden hier bleiben. Los, geht rein! Erstmal! Los, geht rein! Untertitelung des ZDF, 2020